Oh, ich kann das nicht mehr scheiß Stimme rufen. Wui bitte! Pfff, schlau! If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Waaaaaah! I still got... Heyo Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oder überhaupt mal wieder zu einer Folge Smash auf dem Shotbook Server. Und wir haben heute einen Gast bei den iCraftRMC. Hallo. Hallo. Wir haben vorhin schon mal ein paar Runden gespielt und ich habe gemerkt, ich bin... So richtig kacke geworden. Oh, ne, du hast einen Shotbook. Oh nein, nein, bitte nicht. Oh, mein Gott. Oh, nein. Da so ein Eisenschild. Da so ein Eisenschild richtig. Ich habe auch angestimmt, ich mache mal zu... mit noch ein paar anderen Leute, auch mal mit ein paar neuen Leute aufnehmen. Nein, 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 ich backe im Block. Ich nur weil ich einen Block erwarte. Äh... Loll. Okay. Und ja, äh, der iCraftRMC ist jetzt mal so der... ...erste, äh, sag ich jetzt mal... ...Gast, der mal wieder so... ...dabei ist. Gut. Wir spielen heute Smash. Genau. Ich hätte eigentlich gerne SG aufgenommen zuerst, nur leider ist mein Premium auf Gommia abgelaufen. Und... äh... ... und dazu ist dann leider auch noch, äh, mein Premium auf Gommia abgelaufen. Und, äh, wir auch noch trotzdem auf Gommia spielen. Aber auch Gommia, leider irgendwie... ...büßeren... ...gebackt. Und deshalb... ...ja. Nehmen wir mal Smash auf. Und wenn wir mal sagen GG... ... die... ... so... GoSkiller178... ... 178! Ich... Keine Ahnung, wieso 1 178? Okay. Läuft beim BoSkiller. Und das ist 62%. Okay. Ah nochmal... ... anche-meh... ... meine Rachen juckt gerade! Ich hab vor ein Stück Brot gegessen, so. Ein Stück wass? Gawel... ... ein Stück Brot. das ist irgendwie, keine Ahnung so, so ein Kerne irgendwie in meinem Hals drin das ist ein Brötchen hey, das ist ein Brötchen oh ja, oh ja oh no hey, wo bist du? was? ich war auf dir drauf aber du kannst es wahrscheinlich erstmal keine Double Jumps machen stimmt, ja Double Jump ist charging nein nein jetzt musst du auch mal sterben nein, okay, das... ja, ich will selbst sein ah, ich, ne okay und dann schon, da geht's in die nächste Runde auf jeden Fall Leute, ich habe auch gesagt, ich möchte mal wieder oder das letzte Minigame, was ich ja so gesagt habe ich habe ja gesagt, ich möchte alte Minigames bringen und für mich ist der... wie heißt das... Smash! genau, Smash ist definitiv auch so ein Game und das auch, oder was ich früher auch oft gezockt habe und... ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das öfter sehen und in Zukunft du kannst mal... ja, mal die Runde liefen, dann können wir noch eine andere Map spielen Quatsch stimmt slash live ne, slash quit, glaube genau so, hinter dir, hinter dir ja, stimmt, wir gehen da hoch ich kann man ja auch hoch eigentlich, ja, hier kann man nicht hoch hier kann man nicht hoch Mein Lieblings-Map ist der Bibliothek eigentlich. Ist auch ganz cool. Aber ich springe da mal rein, die ist auch geil. Ich hab mal gespielt ans Rode zufällig in der Runde. Und ich hab sie sogar gewonnen am Ende. 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Wenn es durch die Hand macht, kann ich doch nie hinweg. Das Problem ist schon wie das Problem. Ich kann das nicht mehr sagen, dass ich nicht verstehe. Ich hab ne Frage. Ja? Ich kann das nicht in der Stelle stimmen. Ja bitte. Ich konnte die 3 Heats geben oder so. Ich wär zu dir gesprungen, dann stand der Double Jump ins Charging Und wenn Charging ist und du damit Double Jump machst, gehst du nach unten Oh, Alter, das war gut gerettet Ich bin relativ weit hoch geflogen Oh, oh, dead luck Aucun o De Men Intens intense Aber du dran is gut drückt Ich Você Uh nee, that's the way mà importantly, our law Ja aber auch zu ihr Prozent Prozent der Ort zu weit Schüchenleiter er besteht dort Aurelige Wörter was das heißt er hätte sich liegen so heute wieder dem so nachgesprungen das ist ein Lacki aus Schuhen Ort Fuck. Ui, okay. Oh, 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 oh. Oh mein Gott ist kaputt. Nein, nein, ich bin tot. GG. Jetzt, jetzt verliere ich. Und wenn ich verliere, machen wir besser free. Und ich habe einen Teleporter. Sprich, du wirst jetzt eh, wenn ich dich runterhau und ich sterbe. Genau. Ich habe sozusagen... Drei Leben. Indirekt. Na gut, aber Teleporter muss man auch erstmal einsetzen. LOL. Kann ich über sich aus. Ich dachte schon. Ui. Oh, die Feuerblume, die ist geil. Die erinnere ich immer Mario. Oh, nein! Ach so. Der Teleporter geht gar nicht zu weit. Ich habe nur noch 10%. Das kann nochmal richtig spannend werden. Ja, jetzt ist es gleich schon, praktisch. Schön ausgerichtet. Ey, bist du hinter mir? Nein. Was warst du? Hast du jetzt nichts? Oder hast du auf der Angezeit? Nein, die kann man doch gar nicht. Loll, es lag. Ich kann fliegen. Ja, die haben wir auch. Oh, jetzt. Drucker zurückgepackt schnell. Ich schau. Es ist eine Cave Spyder. Gibt die ähm, zufälligerweise Gift. Würde Sinn machen. Oh, nein. Ja, ja, ja. Oh. Nein. Oh, alter. Zum Glück hatte ich einen Teleporter. Sonst, no chance. To the ransom. Was? Ja, ja, ja. Bitte, bitte. Was war denn das, Gott? Das war der Smash aus der Goldene Axt. Ja. Ja, die. Tschüss, liebe. Tschüss. Hast du es noch gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen, aber... Aber ich sehe dich da rumhüpfen immer noch. Okay, hört ihr das an, Leute. Lasst einen positiven Wert und da... 14 Reibs werden, eine nice Sache. Kommt ihr euch an. Sehen wir uns erst mal wieder. Schaut auch beim lieben Aiko After vorbei. Link in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.